jetzt hier haben wir ein wald schön ich hab mal vorher filmen sollen und hier ist jetzt aua hahn den wir geärgert haben ja alles gut das plätschern finde ich das plätschern schön und die eulen stimmt oder beim nächsten mit deiner schwester ja genau passen alle drei rauf nur einer guck mal hier hier war man gewitter nach da ja immer nicht zu sehen die ja auch schön hier das ist scheiße aus dem lotten ja ja wir lassen euch in ruhe genießt den abend ja der flugplatz auch guck mal an hübschen ja die weite die sonne geht unter trauenhaft sind die fische drinnen ja sieht man kaum was ja wenn es nicht schlechter wird dann ja der wartet auf uns ja der fluss und er auch hier oder wie der fluss steht ja ist der große na gut und dann hat er geschluckt haben sie auch einen Ast abgeschnitten richtig schön 2,5 Minuten hoffentlich sehen wir auch ein Rinsengehege 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 so rechts oder links ja gut auch schönen ausblick schön hier fehlt noch so ein Grillplatz auch ist auch schön ein schöner Platz flutet mit kleine ja das machen sie mit Absicht ja damit sie darin wühlen können ne ja Wahnsinn na kommt er ja so na du füttern dürfen wir dich nicht süß da links rum noch einer mal kleiner mal kleiner mal 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 das hört sich immer an die wühlen ja auch drin hoher das streiten sich zwar über ja ja wir können weiter bildschweine hier seid nicht nur gegner große die stimmen ja gibt es ärger auch sich zeugt ne oder auch nicht ja 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 das ist gut ja als hülle oder ja 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 das ist gut na du die hört sich schrocken ja ja ich mag schweine ja ja mini schweine ja herrlich ich finde das hübsch ja wie zum fluss und im winter wenn die bäume keinen laub tragen alles ne ja toll ja hat das gut in bewegung finde ich der fluss ja auch enden ganz hinten laufen sie gerade durch schön hört man richtig ja und da drüben auf der anderen seite waren wir eben ja stimmt ein schönes stück ne ja hier ist auch schöne aussicht ja mit dem pfeln süß hier enden hier enden ja 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 die kann man denn rüber führen ja ja ich lass mal den wagen hier ach hier ist hier sehe ich da genau da ja da liegt noch eine ja ach da bitte man sieht sie gar nicht ja sie hat dir abgetan ja sie ist echt verrückt mach mal aus wow ach guck mal an der war doch hier yes ok ok du hast einen punkt cool der oberer ist meiner weil ich hab angefangen ne aha ach fast ach der war guck d nein falsch aha mhm war das nicht der hätte ich vorhin auch noch mal aber egal nicht so schlimm jeder jeder weiß ja wie guck mal da nee guck mal da gut nein da fehlt sich auch gerade habe ich mir vorhin schon gewundert wir haben sie bestimmt kaputt gegangen das war der tier memory oder wolf memory hier haben wir ein dachs aber schauen ob wir ihn sehen und da waren die füchse drin aber hier ist nichts stimmt da müssen wir mal hin das ist ja witzig ach so ich dachte im kiefig hier siehst du noch mal jemand hast geschlafen verpennt ja nio 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 Ich bin so glücklich, dass du dich hier wieder wegkommst. Keine Steinmaler. Ist ja auch schon spät. Also, ich muss es nicht glauben, diese Steinmaler sehe ich so gut nie. Nie, ne? Immer wenn ich hier bin, sehe ich die nicht. Keine, ne? Das sind aus wie Trettchen. Ja. Da kannst du reingucken in die Höhle. Ach so. Ich glaube, wir haben noch nie einen Einfachswagen gehört. Ja, deswegen. Kommst du mit? Kommst du an. Zum Vermieten, ja. Kannst du Feuer haben. Habe ich doch vorhin gesagt mit der Feuerstelle fällt die. Ja, ja. Das ist hier. Ja, cool. Ach, alles kannst du alles hier mieten, ne? Ja. Entweder gibt es einen Platz. Oder andere Plätze. Ja. Und dann hier diese ganzen Fische und dann hast du da... Also, ich vermute, dass du die Toilette gleich drüber hast. Die müssen da rein. Ja. Ja, schön. Guck mal, da auch der Korb. Na, das ist nachgebaut wie ein Adlernest. Ein Adlernest? Genau, weißt du? So. Ich glaube, wir finden ja auch so Naturfortbildungen. Ich geh da mal kurz hin. Ja, ja. Ja, ja. Wo waren wir denn? Na, stimmt. Ah. So baut sich der Adler das Nest. Hm. Schön. Ja, schön groß hier. Ja, das ist der Grillplatz. Genau. Schön, ne? Wenn man die einzigen noch ist. Die Steine faszinieren mich immer. Ja, finde ich auch toll. Edelsteine mag ich. Ach, Toiletten. Genau. Da müssen wir beide. Vorher geht gar nichts. Guck mal, die Wagen für Kinder. Ja, ja. Und für die offline. Ach, guck mal hier. So kommt man immer raus, egal welch. Ja, genau. Ich geh auch gleich. Aber eigentlich könnten wir die draußen stehen. Und nee, lieber nicht. Mit der Kamera. Ja.